Hallo zusammen, wir sind hier mit Chris Roberts im Interview auf der Gamescom 2016. Wir haben Fragen von euch aufgenommen und werden sie jetzt Chris Roberts stellen und dafür gibt es jetzt das kleine Voice-Over. Die erste Frage ist, die Leute sind sehr interessiert daran, wie es mit dem Vergleich von Schiffspreisen im späteren Spiel aussieht. Wie kann man eine Aurora, eine Constellation oder sogar eine Idris miteinander vergleichen und wie hart muss man arbeiten und lange, um diese Schiffe sich leisten zu können? Wir sind aktuell mit diesem Thema beschäftigt und es ist eine unserer größten Herausforderungen. Insbesondere bei Star Citizen die Balance herzustellen, das heißt genau den großen Maßstab der Dinge, die man auf der einen Seite tun, auf der anderen Seite aber auch kaufen kann, in die richtige Balance zu bringen, ist eine sehr, sehr schwerwiegende Aufgabe. Wenn man das mit dem echten Leben vergleicht, da kostet etwa eine Pistole rund 500 Dollar, ein F-16 Kampfjet aber kostet schon 19 bis 20 Millionen Dollar, der ja wiederum vergleichbar wäre mit etwa einer Anvil Hornet oder eben ein Flugzeugträger gar, der vergleichbar ist mit einem Bangle Carrier, würde eben 4 bis 10 Milliarden Dollar kosten. Das stellt uns also vor eine große Herausforderung, denn es handelt sich hier nicht wie im echten Leben um einen linearen Anstieg der Kosten, sondern es wird eben dazu führen, dass größere Schiffe in Star Citizen deutlich günstiger wären, als sie jetzt vergleichbar mit der Realität werden, damit die Spieler die auch erreichen können. Gleichzeitig ist es aber so gedacht, dass auch große Schiffe gerade für Organisationen Ziele darstellen. Das heißt, wenn Organisationen sich zusammentun und zusammen Missionen machen, dann werden sie sehr, sehr viel einfacher an diese Schiffe herankommen. Das liegt vor allem daran, dass eine größere Anzahl von Spielern auch andere Missionen annehmen kann, die dann zum Beispiel auch deutlich besser bezahlt werden. Das heißt, hier bietet sich dann die Möglichkeit für Spieler, sich wirklich zusammenzutun und in einer Gruppe eben eine größere, schwierigere oder auch langwierigere Missionen anzunehmen, die dann aber wiederum ermöglicht, dass man sich zum Beispiel das nächste Upgrade am Schiff kauft oder eben, dass man gemeinsam auch für ein Großkampfschiff spart, also größere Schiffe in diesem Bereich. Gleichzeitig ist es aber eben so, dass Star Citizen selbst sich auch darum kümmert, dass die Spieler untereinander das abrechnen können. Das heißt, dass das funktionieren soll. Und gleichzeitig soll man auch immer im Auge behalten, dass man dafür auch immer Instandhaltungskosten in der Rückhand behalten muss. Das heißt, jedes Schiff wird unterschiedlich viel kosten, wird instand gehalten werden müssen. Ganz auch hier im Vergleich zur realen Welt, wenn man sich für 50 Millionen eine Yacht kauft, dann kostet es unter Umständen vier bis fünf Millionen alleine im Jahr, diese Yacht instand zu halten. Das Verhältnis wird in Star Citizen deutlich günstiger sein, ähnlich wie eben der nicht-lineare Preisanstieg, den wir aus der echten Welt gewohnt sind. Aber trotzdem muss man dann im Hinterkopf behalten, dass viele Schiffe und entsprechend auch viele Hangars und natürlich auch die Bewaffnung und Komponenten alles Geld kosten wird. Und das muss man zusätzlich zur Versicherung dann eben noch einberechnen. Grundsätzlich wird es wohl so sein, dass die Constellation im Beispiel vermutlich im Spiel an Credits deutlich mehr kosten wird, als sie heutzutage im Pledge Store kostet, wenn man dieses Echtgeld jetzt in Credits umrechtet. Das heißt, sie werden es schon so eindeutig stellen, dass es eine Herausforderung ist, solche Schiffe zu bekommen. Aktuell haben dadurch die Backer, die jetzt einsteigen, einen kleinen Vorteil, weil sie diese Schiffe eben schon haben. Aber ansonsten werden sie auf der einen Seite erreichbar sein, auf der anderen Seite aber auch eine Herausforderung darstellen. Gleichzeitig wird man aber auch mit dem Fortschritt des Spiels auch jeder einzelne Charakter immer besser in der Lage sein, je mehr man sich auch an Ruf verdient hat, diese Auftraggeerträge besser zu bekommen und auch abzuschließen und dementsprechend auch immer lukrativere Deals zu bekommen. Ganz abgesehen davon, dass man sich eben sein Geld auch als Trader oder ähnliches verdienen kann und dann selbst auf die Jagd geht nach sehr, sehr lukrativen Einkommensquellen. Es wird also sehr, sehr viele Möglichkeiten geben. Aktuell ist es aber tatsächlich so weit, dass die Schiffe noch nicht ein festes Preiskonzept haben. Sobald die Entwicklung dort fortschreitet, werden sie auch mehr dazu sagen können. Und jetzt aktuell würde jetzt als persönliche Anmerkung, es wahrscheinlich erstmal bleiben, die Alpha 3.0 abzuwarten und damit zu schauen, wie das erste Marktsystem überhaupt funktioniert. Die nächste Frage bezieht sich auf PvP, also Player vs. Player. Vor einiger Zeit gab es mal die Konzepte des sogenannten PvP Sliders, wo man selbst einstellen konnte, wie viel man an Kontakt mit gegnerischen Spielern haben möchte. Ist dieses Konzept noch im Spiel oder gibt es dafür inzwischen andere Vorstellungen, wie man entscheiden kann, wie viel PvP man haben möchte? Die Art, wie wir das Spiel aktuell aufbauen, sieht so aus, dass die Interaktion im Spiel großteilig zwischen Spieler und künstlicher Intelligenz, also der KI, stattfindet. Nach wie vor soll das Verhältnis so sein, dass 10 Prozent des Universums Spieler ausmachen, 90 Prozent aber von der KI gefüllt wird. Das heißt, die größten Kampfeinsätze wird man in der Regel auch gegen KI-Gegner haben. Allerdings ist es jetzt schon so, dass man das Konzept, wie wir es verfolgen, in der aktuellen Alpha in Crusader sehen kann. Das heißt, wir haben überwachte Bereiche und wir haben unüberwachte Bereiche. Und gerade die unüberwachten sind sozusagen das, was ich damals den Spielern versprochen hatte, dass es nämlich Bereiche gibt, wo man sich ungestraft zu PvP-Matches treffen kann. Aber es gibt eben auch diese überwachten Bereiche, wo es relativ unwahrscheinlich ist, dass eine PvP-Begegnung stattfindet, es sei denn, es handelt sich direkt um einen Pirat, ja, ein Akt der Piraterie. Dementsprechend werden die Spieler dann auch geflaggt in diesen Bereichen. Das heißt, die bekommen auch schneller einen bestimmten Ruf oder eben sogar das Verbot, bestimmte Landezonen zu betreten. Auf der anderen Seite wird es Gebiete dann geben, die entsprechend umkämpft sind, wo man das jetzt etwa sehen könnte beim Security Post Korea, die dann teilweise überwacht werden oder wo man auch die Überwachung dann abschalten kann. All das ist das Konzept, was jetzt sich ins ganze Universum ausbreiten soll. Das heißt, wir werden überall Bereiche haben, wo man relativ gut als Outlaw agieren kann und andere Bereiche, wo man eben sehr genau aufpassen muss und wo Händler sich dementsprechend etwas sicherer fühlen können. Wie ist der aktuelle Status des Voice Chat bei Star Citizen? Wann können wir denn vielleicht etwa damit rechnen? Für den Voice Chat wartet ihr am besten auf die CitizenCon, da wird es was Nettes dazu zu sehen geben. Bei der nächsten Frage geht es um Star Marine, das soll ja mit 2.6 erscheinen. Wird darin auch Setterball enthalten sein? Setterball wird im ersten Patch von Star Marine noch nicht mit enthalten sein. Dort geht es erstmal um die Grundversion und es wird aber auch eine komplett neue und überarbeitete Map geben, in der die Spieler dann unterwegs sein können. Setterball wird später eingefügt, das soll mit den weiteren Patches kommen. Da geht es ja dann hauptsächlich um den Fluss des Kampfes und noch nicht um die Basismechaniken wie jetzt. Okay. Wir wissen ja schon, dass das erste Sternensystem Stanton sein wird, was wir vollständig kriegen. Gibt es schon Pläne dafür, welches als nächstes kommt? Nein, das kann ich aktuell noch nicht sagen. Wir arbeiten aktuell an verschiedenen Design-Sets, womit wir dann die Planetensysteme auch ausgestalten können. Wir werden irgendwann auch Terra releasen, da arbeiten wir schon eine ganze Weile dran. Aber ansonsten ist es am wahrscheinlichsten, dass es sich hier um Systeme handelt, die als nächstes kommen, die in der Nähe von Stanton liegen, das heißt über einen Jump Point erreichbar sind. Und da würden z.B. auch Terra mit dazugehören oder eben auch das Pyro-System wäre ein Teil davon. Die nächsten beiden Fragen werden jetzt etwas persönlicher. Die erste davon ist, was ist dein persönliches Controller-Lieblings-Setup? Ist es Maus, Keyboard oder Game-Controller? Was ziehst du vor? Nun, das hängt ganz davon ab, was ich machen möchte gerade. Bei Star Citizen können wir sehr, sehr viele verschiedene Controller-Setups benutzen. Für den Flug bevorzuge ich z.B. das Hotas, insbesondere deshalb, weil es mir bei Maus und Tastatur aktuell nicht gefällt, dass man seine Geschwindigkeit nicht gut kontrollieren kann. Für den FPS-Kampf wiederum benutze ich jedoch Maus und Tastatur weiterhin. Und außerdem benutzen wir bei den Demos manchmal Game-Pads, das heißt so Game-Controller, die so zwei analoge Sticks haben, mit denen es sich einfach sehr präzise und insbesondere für die Kamera gut steuern lässt. Das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil wir wirklich eine große Auswahl an Controllern zur Verfügung haben und jeder dort seine Berechtigung hat. Zu den Präsentationen bringen wir z.B. meistens keine Hotas eben mit, weil sie sehr, sehr viel Platz wegnehmen. Aber ansonsten eignen sie sich meiner Meinung nach für den Flug, für die Flugsteuerung am besten. Im Prinzip habe ich aber alle Peripheriegeräte zur Verfügung. Das heißt alles da, was ich benutzen kann für Star Citizen und entsprechend großflächig ist das dann auch aufgebaut, wenn man zwischen den verschiedenen Spielmodis hin und her wechseln möchte. Kommen wir zur letzten Frage. Wenn du selbst ein ganz normaler Backer wärst, für welche Karriere würdest du dich bei Star Citizen entscheiden? Das heißt, wärst du vielleicht ein Händler oder im Bergbau tätig oder vielleicht sogar der berüchtigte Pirat Roberts? Oh, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Vermutlich irgendetwas zwischen Erkundung, Entdeckung, Exploration und Piraterie. Handel ist nicht so mein Ding. Das würde ich eher nutzen, um die Sachen zu kaufen, die ich brauche, um eben die ersten beiden Professionen auszufüllen. Aber ja, vermutlich etwas zwischen Handel und Piraterie. Das heißt, ein Outlaw steckt auch irgendwo in mir drin. Vielen Dank für das. Vielen Dank für das. Der letzte Request war, wieder zu sagen, unser Slogan in der Kamera. Es ist, siehst du auf dem Flugdeck. Würdest du das für uns machen? Ja, das stimmt. Ich sage, siehst du auf dem Flugdeck. Vielen Dank, Chris. Vielen Dank. Fantastisch. Vielen Dank. Bye, Leute.